Mit dem immer näher anrückenden Brexit plant nun Premierministerin Theresa May das Budget des nächsten Jahres. Nun, Sie haben mich nach dem Budget gefragt. Was wir nun gesehen haben ist, die Einschränkungen kommen zu einem Ende. Was heißt das nun? Nun, wir werden dafür sorgen, dass die Schulden sinken und zugleich mehr Unterstützung für öffentliche Dienstleistungen geboten werden. Außerdem ist es der Start für einen besseren Ausgabenüberblick der nächsten Jahre. Aber das Ende der Einschränkungen heißt nicht nur mehr Geld für die Dienstleistungen. Es geht um mehr Geld für die Bevölkerung. Wir haben bereits bestätigt, dass wir unser Versprechen einlösen und einen größeren Zuschuss für den staatlichen Gesundheitsdienst erwirken. Anfangs haben wir davon gesprochen, die Steuern zu erhöhen, um dieses Projekt zu ermöglichen. Was aber im neuen Budgetplan möglich ist, ist, dass wir die Unterstützung vollständig erwirken können, ohne die Steuern anzuheben. Im Gegenteil, wir haben Steuersenkungen für 32 Millionen Menschen im Auge. Das Fazit des beschlossenen Budgets ist, dass sich die harte Arbeit der Engländer bezahlt gemacht hat. In den finalen Phasen des Brexit wird versucht, das in den letzten Wochen geteilte England doch wieder zusammenzuführen. Die Brexit-Verhandlungen und die Zukunft Englands wird in den letzten Tagen von Demonstrationen überschattet. Vielen Dank. Vielen Dank.